Er hat seinen FC nicht vergessen . Starstürmer Anthony Modest, 30, Tianjin Chuan-Chan, drückt Köln auch ein Jahr nach seinem 35 Millionen Wechsel und trotz des Abstiegs die Daumen, sogar beim Testspiel. Während seines Heimatbesuchs nahm Modest sich am Samstag die Zeit und düste aus Köln zum zweiten FC-Testkick der Vorbereitung in Bonn. Auch Neuzugang Louis Schaub, er, hatte gegen Bonn allerhand zu tun Foto, Andreas Pohl was er sah, wird ihn nicht wirklich gefreut haben. Der FC verlor beim Regionalligisten mit 0 zu 1, 0 zu 0. Bonn traf erst die Latte, 43, dann den Pfosten, 55, und schließlich ins schwarze, SC-Testspieler Shunya Hashimoto traf zum Sieg, 62. Anthony Modest ging kurz vor Ende des Spiels wie der Foto, Andreas Pohl und der FC? Wirklich viel lief nicht zusammen bei den Jungs von Trainer Markus Anfang, 44. Viele Ballverluste. Zu viele lange Bälle. Schlechte Zuordnung. Chancen gab es trotzdem. Modestes Ex-Kollege Simon Zoller, 26, vergab die Beste kurz vor Schloss und schob frei am Tor vorbei, 87. Kölns erste Testpleite auf dem Weg ins Aufstiegsrennen. Mit Modest wäre das wohl nicht passiert. Aber auch so gibt es für die Verantwortlichen keinen Grund zur Panik. Markus Anfang war nicht wirklich zufrieden mit dem Testkick seiner Jungs in Bonn Foto, Andreas Pohl Schwierigkeiten waren zu erkennen, auch, dass die Jungs im Spiel nach vorne noch ihre Erfahrungen machen müssen. Aber man darf den Zeitpunkt der Vorbereitung nicht vergessen. Sorgen mache ich mir nicht, sagt Anfang. Na, Großer? Kommst du nochmal zum FC? Sportboss Armin W. begrüßte Anthony Modest herzlich Foto, Andreas Pohl Sportboss Armin W., 57, die Tore müssen wir natürlich machen. Aber einen Grund zur Sorge gibt es nicht.